Das Advertising Cockpit von eBay wurde überarbeitet und bietet uns noch mehr Möglichkeit und eine frische Auswahl zum Schalten von Kampagnen und Anzeigen für unsere Angebote. Unter anderem wurden Kennzahlen in der Statistik umfangreicher gestaltet und wir bekommen eine speziell zugeschnittene Auswahl für Kampagnen für unsere bestehenden Angebote. In diesem Video erfährst du, was die Neuheiten von dem neuen Advertising Cockpit sind und wie wir diese verwalten können. Viel Spaß bei diesem Video und bleib unbedingt bis zum Schluss dabei. Falls du aktiver eBay-Händler bist, dann ist es dir sicherlich schon aufgefallen, dass hier in der Tab-Leiste das neue Advertising Cockpit dazugekommen ist. Früher hatte man das hier unter Marketing eingeordnet gehabt. Mittlerweile hat das einen neuen Tab bekommen, weil es immer eine wichtigere Rolle spielt bei eBay. Wir schauen uns wie gesagt gleich an, welche Änderungen da vorgenommen worden sind. Übrigens mit dem kleinen Neu-Symbol findest du alle Neuerungen, die eBay hier verändert und aktualisiert. Kannst du dir gerne mal anschauen und durchstöbern. Ich werde spezielle Sachen, auch separate Videos für erstellen. Deshalb, falls du das nicht verpassen möchtest, aber auch alles rund um Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay und E-Commerce und viele weitere Themen im Unternehmertum, abonniere gerne diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Und falls dir dieses Format gefällt und du mehr von solchen Videos sehen möchtest, dann gib dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Damit unterstützt du mich sehr und förderst unsere Community. Ja, dann lass uns mal einen Blick drauf schauen. Bevor wir loslegen, könnte es sein, dass bei dir die Oberfläche im neuen Advertising Cockpit so aussieht. Dann wunderst du dich, warum sehe ich denn hier keine Statistiken? Und wenn du das Ganze hier dir ein bisschen durchliest, dann siehst du direkt, dass für das Advertising Cockpit bzw. für Werben von Angeboten ein gewisser Service Standard erfüllt werden muss. Und zwar der Service Status muss mindestens überdurchschnittlich oder Top Bewertung sein. Falls du da mehr Infos haben möchtest, kannst du das gleich hier anklicken. Unter diesen Tipps erfährst du nämlich, wie du ein überdurchschnittliches Service Konto bekommst oder den Service Status verbessern kannst in die Richtung. Ansonsten gerne auch unten in der Videobeschreibung findest du einen Link dazu, wie du das Ganze machen kannst. Allgemein gesagt, alles, was in diesem Video vorkommt, verlinke ich dir gerne unten als Hilfe in der Videobeschreibung. Falls du noch keine Angebote geschaltet hast, dann würde es bei dir so aussehen. Du kannst Kampagnen erstellen, wenn du aber Angebote erstellt hast. Auch zur Erstellung von Angeboten verlinke ich dir mal unten einen Link auf eBay. Da kriegst du Schritt für Schritt auch erklärt, wie ein perfektes Angebot aussieht, um hier effektiv besser zu verkaufen. Falls du aber schon Angebote geschaltet hast und auch schon Kampagnen geschaltet hast, dann wirst du sicherlich diese Menümaske hier vorfinden. Oder besser gesagt, dieses Dashboard. Hier hast du am Anfang, wenn du auf Advertising klickst, direkt das Cockpit eingeblendet. Hier ist nämlich direkt eine Übersicht von Kennzahlen und Statistiken, wie gut deine Anzeigen und geschalteten Kampagnen performen. Und danach kannst du das Ganze auslesen, solltest du auch. Und dann einfach mal überprüfen, wo genau an welchen Stellschrauben du hier was verändern kannst, um noch besser und effektiver deine Anzeigen zu schalten. Falls du bereits Anzeigen bei eBay geschaltet hast, dann lass mich doch gerne in den Kommentaren wissen, wie deine Erfahrung war und welche Anzeigeoption und Strategie du am liebsten nutzt und damit die beste Erfahrung gemacht hast. Gerne kannst du mir auch unten in den Kommentaren eine Anmerkung dazu geben, welche Anzeigenstrategie du gerne mal ausprobieren würdest. Ich würde das nämlich im nächsten Video näher beleuchten. Falls du nun aber bereits schon aktive Angebote hast und aktive Anzeigen geschaltet hast und Kampagnen, dann wirst du sicherlich dieses Dashboard hier vorfinden mit der Übersicht, wenn du hier auf Advertising Cockpit geklickt hast. Lass uns mal schauen, was wir hier eigentlich als Optionen und Möglichkeiten haben. Also wir haben direkt hier die Kampagnen Performance, wo wir die Kennzahlen auslesen können. Wir haben hier die Möglichkeit, alle an Kampagnen uns anzuzeigen. Dann haben wir die Möglichkeit, die Anzeigen zu schauen, das heißt die normalen und die erweiterten. Früher hieß das Anzeigen Standard und Anzeigen erweitert. Mittlerweile haben wir hier auch neue Namen dazu bekommen, die ich euch auch gleich zeige. Wir haben hier Shop-Anzeigen und wir haben externe Anzeigen. Das sind dann besondere Anzeigen, auf die wir auch noch später eingehen werden. Hier oben haben wir die Möglichkeit zu schauen, was neu ist. Ihr könnt hier eine Bewertung abgeben und selbstverständlich eine neue Anzeige schalten. In den Statistiken und Kennzahlen habt ihr auch die Möglichkeit, hier eine Auswahl zu treffen, in welchem Zeitraum ihr euch das einblenden möchtet. Lasst uns mal einen Blick drauf werfen, was denn neu dazugekommen ist. Und kurz gesagt ist, wir haben neue Kennzahlen und Performance-Übersichten bekommen, um Kampagnen effektiver steuern zu können. Wir haben sofort startbereite Kampagnen, die auf Käufer-Nachfragen zugeschnitten sind. Und wir haben Empfehlungen für Kampagnen und Tipps, mit denen wir unsere Umsatzziele erreichen können. Schauen wir mal weiter. So erfahren Sie, was funktioniert und was nicht. Hier haben wir dann eine Übersicht in den Diagrammen zusammengestellt. Und so könnt ihr nämlich das Ganze quasi in Echtzeit auslesen und schauen, was funktioniert und was nicht. Das solltet ihr auch tun. In den Kennzahlen könnt ihr das gut ablesen, an welchen Stellschrauben ihr noch verändern müsst. Starten Sie Ihre vorkonfigurierte Kampagnen, die auf Käufer-Nachfragen zugeschnitten sind. Das ist eine sehr coole Sache, die hier eBay auch mit Unterstützung von KI das für euch generiert und dann spezielle Angebote raussucht, die gefragt sind bei Käufern und dann schlussendlich für euch eine zugeschnittene Kampagne erstellt, die ihr dann mit quasi einem Klick starten könnt und so effektiver verkaufen könnt. Überlassen Sie uns die Arbeit, die Performance Ihrer Kampagne zu steigern. Über eine Liste mit Empfehlungen oben im Advertising-Cockpit können Sie Ihre Kampagnen schnell und einfach ändern und verwalten. Okay, dann schauen wir uns das Ganze einmal an. Was haben wir denn hier für Möglichkeiten und Änderungen? Schauen wir uns erstmal hier die Kennzahlen an. Wir haben verschiedene Diagrammmöglichkeiten, die wir uns einblenden können. Wir haben hier zum Beispiel Kennzahlen mit Klicks, verkaufte Stückzahl, Umsatz und so weiter. Über dieses I-Symbol könnt ihr euch übrigens nochmal einblenden lassen, was genau welcher Parameter überhaupt aussagt. So habt ihr für euch dann die Erklärung dazu. Bei dieser Statistik sehen wir zum Beispiel die Anzeigeneffizienz. Wie effektiv ist unsere Anzeige denn? Und hier haben wir auch die Möglichkeit, das Ganze unter Impressionen, Klicks und Umsatz zu strukturieren und anzeigen zu lassen. Aber auch den Zeitraum können wir hier wählen. Und wie ihr seht, haben wir hier die Anzeigen, die mit einem blauen Balken angezeigt sind. Dann haben wir die Shop-Anzeigen, von denen ich keine geschaltet habe. Wir haben externe Anzeigen, da habe ich auch keine und organische. Organische bedeutet, die sind kostenlos. Das wird automatisch generiert, weil eure Angebote online geschaltet sind. Anzeigen sind wirklich die beworbenen Anzeigen, in dem Falle die blauen Balken. Und ihr seht, das ist natürlich um einiges höher immer als die organischen. Das bedeutet, es ist quasi zwingendermaßen erforderlich, Anzeigen zu schalten, um bessere Sichtbarkeit zu erlangen, um bessere Umsätze auch zu erzielen. Wenn ihr weiter runter scrollt, dann habt ihr hier auch schon die speziell für sie sofort startbereiten Anzeigenkampagnen. Das sind nämlich die Kampagnen, die speziell für euch zugeschnitten sind, wo eBay anhand von KI auch das Ganze raussucht, was gerade nachgefragt ist von Käufern und wo das Ganze dann für euch strukturiert zusammengesetzt wird. Und wir haben hier sogar direkt die Anzahl der zu bewerbenden Angebote angezeigt. Wir haben in meinem Fall jetzt 58 Angebote, die ich mit einer Kampagne schalten kann, um den Umsatz zu steigern. Und das Ganze ist sogar mit einer Statistik belegbar. Hier zum Beispiel ist durchschnittlich bis 35% mehr Umsatz möglich. Das sind dann Daten, die dafür sprechen. Und hier auch der Zeitraum wird hier angezeigt. Seit September bis Dezember 2023. So habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, auch mehr Umsatz zu erzielen. Man sollte das natürlich ausprobieren, ob das wirklich auch so funktioniert. Aber wer nicht probiert, beziehungsweise wer nicht wagt, der nicht gewinnt. In dem Falle muss man das auch dann probieren. So, dann haben wir hier eine Kampagnenübersicht. Es gibt natürlich mehr. Wir können uns hier alle einblenden lassen. Wir können hier die letzten 14 Tage auch wieder, beziehungsweise den Zeitraum wählen. Aber hier eine kleine Übersicht der Kampagnen, die schon geschaltet sind. Ihr seht hier bei der Kampagnenübersicht, dass ich mehrere Kampagnen geschaltet habe. Und habt hier direkt eine kleine Übersicht der Performance bei diesen Anzeigen. Und so könnt ihr direkt hier das Ganze steuern. Wenn ihr hier drauf klickt, könnt ihr das Ganze hier euch einen Bericht für erstellen. Oder natürlich habt ihr hier die Möglichkeit, auch durch den Klick auf die Kampagne direkt Änderungen vornehmen zu lassen. Ihr könnt aber auch den Status direkt aktiv oder inaktiv stellen. Zum Schluss haben wir hier nochmal ein paar Werbeinsights, wo ihr nochmal schauen könnt, welches Potenzial zum Beispiel von externen Anzeigen es gibt. Dann habt ihr hier, welches Potenzial mit Premium-Kampagnenstrategien und Basic-Kampagnenstrategien möglich sind. Das sind übrigens auch die neuen Namen für die Kampagnen. Früher hieß das Ganze ja Anzeigen-Standard und Anzeigen-Erweitert. Jetzt heißt es für Anzeigen-Standard ist nun Basic-Kampagnenstrategie und Anzeigen-Erweitert ist es nun die Premium-Kampagnenstrategie. Dass ihr da nicht durcheinander kommt mit den Sachen. Auch habt ihr hier noch die Möglichkeit, einen Marketing-Kalender euch einblenden zu lassen. Welche Marketing-Strategien bzw. Kampagnen hier Ebay von sich selbst plant für 2024. Auch ein Blick wert da reinzuschauen. Verlinke ich euch aber auch gerne nochmal in der Videobeschreibung. Wenn wir dann links im Menü auf Kampagnen klicken, wird uns hier nochmal die vollständige Liste unserer aktiven und inaktiven Kampagnen angezeigt. So haben wir nochmal die ganze Übersicht über unsere Kampagnen und können hier eventuelle Änderungen und Verwaltungen vornehmen. Ihr habt hier auch nochmal über diese Schaltflächen Anzeigen, Shop-Anzeigen und Externe-Anzeigen. Dann direkt die Übersicht zu schalten, welche Anzeigen wo geschaltet sind. Auch hier haben wir direkt die Möglichkeit, neue Kampagnen zu erstellen. Wenn wir dann auf neue Kampagnen erstellen klicken, haben wir folgende Übersicht. Wir können Angebote bewerben, wir können unseren Shop bewerben und wir können unsere Anzeigen extern bewerben. Lass uns mal einen Blick darauf werfen, wie die Angebotsbewerbung funktioniert. Und hier bin ich schon darauf eingegangen. Die Namen haben sich verändert. Früher war es Anzeigen-Standard. Das Ganze ist jetzt zu Basic-Kampagnen-Strategie umgewandelt. Und wir haben die Anzeigen erweitert gehabt, was jetzt Premium-Kampagnen-Strategie heißt. Ihr seht es hier. Auch hier haben wir direkt die Übersicht, welche Kampagnen-Strategie, welchen Umsatzmöglichkeiten uns bietet hier. Und wenn wir hier auf Basic klicken, können wir direkt Angebote hinzufügen und das Ganze erstellen. Wie wir eine richtige Kampagne erstellen und welche Parameter und Stellschrauben wir verändern müssen, um effektiv besser zu verkaufen, mit der Anzeige mehr Umsatz zu erwirtschaften, das erfährst du in einem Folgevideo. Deshalb, um das nicht zu verpassen, abonniere gerne diesen Kanal und drücke die Glocke. Falls dir diese Übersicht und dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne auch einen Daumen nach oben da. Das motiviert mich und unterstützt hier unsere Community. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls Fragen sind, geh gerne die Kommentarfunktion nutzen. Ansonsten bedanke ich mich und wünsche dir viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen. Bis zum nächsten Video. Ciao.